Guten Morgen YouTube! Heute gibt es wie üblich nach einem Jahresabschluss die Skizzen des letzten Jahres. Das ist diesmal etwas mager ausgefallen, liegt aber eventuell daran, dass ich generell mehr andere Videos und vor allem Brickfilme im letzten Jahr produziert habe. Also insgesamt nämlich 13 Brickfilme, also von 31 insgesamt hochgeladenen Videos. Und somit habe ich 2016 mehr Brickfilme produziert als in jedem anderen Jahr. Zudem zeige ich ja natürlich auch nicht jede einzelne Skizze, die ich 2016 gemacht habe. Einige waren einfach zu blöd, als dass ich sie jetzt hier irgendwie zeigen wollte. Und andere wiederum, die musste ich vorenthalten, weil die Teil eines anderen Projektes sind, was dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 2017 kommt. Also dieses Jahr. Ja, dann viel Spaß damit. Tschüss! Zudem. 出ara거든요 auf da oben. SteigenWhanno! Feld. Süessがい. 영